Ja hallo liebe Freunde des LEGEND. Heute wollen wir mal einen kleinen Langstreckentest machen. Wetter ist herrlich und wir wollen mal schauen was der Akku so hergibt. Nach einem kurzen Intro geht's dann los. So wir wollen heute mal Richtung Eschwege runter skudern. Ich will mal kurz auf den Tacho schauen damit wir auch einen Vergleich haben. Wir haben jetzt hier also meine hat jetzt genau 103 Kilometer runter. Die Voltzahl liegt so bei 14,2 auf meinem. Ja der Anja Aira hat noch nicht ganz so viel gelaufen. Der hat jetzt genau 45 Kilometer runter und sie hat sogar noch hier den Aufgräber drauf. Der Akku zeigt 54,4 Volt an. Ja es ist heute Sonntag und das Wetter ist wirklich herrlich draußen und seit langem war dass wir eine Tour machen können eigentlich. Und wir haben uns schon darauf gefreut. Wir wollten eigentlich erst mal Richtung Sondra. Von da aus mit dem Zug Richtung Eschwege. Aber wir werden jetzt erst mal doch den Fahrradweg nehmen Richtung Eschwege. Mal sehen wie weit wir kommen und dann zwischendurch immer wieder berichten. Es geht jetzt los. Ja hier direkt am Radweg zwischen Kornberg und Sondra ist so ein kleiner Snack was zu trinken an der Quelle. Ja da kann man sich hier selber bedienen. Da drüben ist glaube ich. Es kann ja mal rüber gehen. Das ist wirklich ganz nett gemacht hier so als Pause für die ganzen Radfahrer die hier vorbeikommt. Ist ein kleines Bechelchen. Ja richtig toll gemacht. Also mit viel Liebe. Und hier unten haben wir was kühles zu trinken im Bach stehen. Und eine Spendenbox. Gibt es auch. Ja richtig cool und toll. Ja jetzt hört man mal wieder ganz eindeutig das Bremsenschleifen. Doch ab und zu mal schleift. Und da müssen auf jeden Fall andere Bremsen immer drauf. Ja jetzt mal einen kurzen Zwischenstand. Wir haben jetzt 10 Kilometer gefahren. 113 runter. Und wir haben immer noch 52,2 Volt drauf. Vom Gelände her gesehen ging es ein paar mal so jetzt haben wir insgesamt 20 Kilometer gefahren. Und wir haben immer noch 50 Volt im Stand. Klar bei Gas geht es ein bisschen zurück. Aber wie gesagt im Stand jetzt 50 Volt. 51,1. 51,1 hast du noch? Ja. Okay ja das liegt wahrscheinlich an meinem Gewicht. Ich habe ja auch noch einen dicken Rucksack auf. Ja zwischendurch noch ein bisschen Kunst. Ein Drache. Ja jetzt haben wir eben eine ganz schöne Steigung hinter uns. Also es hat echt Akku gekürztet. Was für Daten hast du? 51,1 und ein Balken verloren erst. Ja das sieht bei mir schon anders aus. Wir haben jetzt 23 Kilometer gefahren. Ich habe noch zwei Balken über. Und bin jetzt bei 48,9 Volt. Also der Berg hat es schon am Akku ganz schön geknabbert. Ja nach bergauf geht es auch mal wieder bergab. Jetzt haben wir noch circa vier Kilometer bis nach Eschwege. Also landschaftlich sehr schön hier die Ecke. Ja und gut ausgeschildert. Also R5. Wie sieht man es noch mal? Da ist der Radweg R5. Ja was man sehen kann, jetzt sind wir direkt am Segelflugplatz. Cool. Da dreht eine Runde um uns. Sehr schön. So nach 29 Kilometer sind wir Eschwege angekommen. Ich habe immer noch zwei Balken. Wie gesagt 29 Kilometer gefahren. 48,4. Und bei dir? Drei Balken. 49,7. 49,7. So jetzt haben wir uns nach der anstrengenden Fahrt nach 30 Kilometern Eis verdient. Herrlich bei dem Wetter. Das ist glaube ich das erste draußen. Das erste dieses Jahr allgemein. Ja ja. Schon traurig. Aber naja. Es ist halt so. So jetzt queren wir hier nochmal die Werra in Eschwege. So wieder eine kleine Zwischenbilanz. Wir sind immer noch in Eschwege. Haben jetzt genau 40 Kilometer gefahren. Einen Balken habe ich noch. Und 46,8 Volt. Ich habe eben noch mal kurz auf der Liste geguckt. Ich kann ja auch noch mal einblenden. So ich muss mal so es blendet ein bisschen. Mal sehen, ob man es so sehen kann. Links sieht man die Prozentzahl. Rechts die Voltzahl. Und jetzt habe ich gesagt 46, noch was Prozent. Dann wäre ich so bei 50 Prozent. Was ich jetzt nicht ganz glauben kann. So jetzt sind wir mal kurz am überlegen, was wir machen. Weil wir hätten jetzt heimwärts noch also 30 Kilometer. Das wird halt so ein enges Ding. Da hätten wir 70 gefahren. Also wir werden wahrscheinlich jetzt zwischenzeitlich mal die Bahn benutzen für ein paar Kilometer. Und den Rest dann wieder bis nach Hause scootern, weil die Möglichkeit da nicht besteht, dass wir direkt mit der Bahn bis nach Hause kommen. Ja mal schauen, wie wir jetzt starten. Ob wir hier in Eschwege in die Bahn steigen oder in der nächsten Stelle. Wir gucken was mal. Machen wir uns mal schlau. Yes. So sind wir im Zug, ne? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, ja. Ja jetzt sind wir so knapp 20 Kilometer mit der Bahn gefahren bis Sonntag. Regulär bis nach Hause hätten wir jetzt ungefähr noch so sechs, sieben Kilometer, schätze ich. Aber wir werden noch ein paar Umwege machen und mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. Gefahren sind wir, wie gesagt, gut 40 Kilometer. Ja mal schauen. Also ich denke mal 50, 60 Kilometer sind locker drin. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Ja, 50 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Ich habe immer noch einen Balken, also der ist ganz schön zäh. Und ich habe jetzt mal nochmal drauf schauen hier. Kann man es erkennen. Also 45,6 Volt, 45,7 hat er jetzt gerade noch mal erhöht. Und bei dir? Ein Balken und 46,9. 46,9. Ja, super. Also bis jetzt echt begeistert, ne? 50 Kilometer und ja. Also von der Leistung her. Und auch von der Leistung her. Also ich merke jetzt noch keinen Unterschied. Ich habe eben nochmal Vollgas gegeben. Ich werde das jetzt gleich nochmal euch zeigen. Und dann könnt ihr mal sehen. Also wie gesagt, jetzt nach den 50 Kilometern merke ich vom Leistungsverlust jetzt noch nicht großartig was. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an beim Fahren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns weiter. So, jetzt haben wir noch ein kleiner Schub. Die Anja hat noch genug Strom. Die fährt sogar noch mit Licht. Ja, also jetzt hier am Berg, da wird er langsam ein bisschen müde. Also der Akku schwächelt jetzt leicht, würde ich sagen. Ich meine, hier geht es doch ganz schön hoch. Aber ich komme immer noch mit 21 kmh hier hoch. Ja, und gefahren haben wir jetzt 55 kmh. Also 60 kmh sind ohne Probleme drin. Ja, schauen wir mal. Ja, bergab macht er natürlich richtig fun. Also er drosselt mich. Geht auf 40 kmh ohne Probleme. Also ich muss da schon mal wieder ein bisschen bremsen. Das wird dann zu schnell. Ja, jetzt haben wir die 60 km voll gemacht. Und ... 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 46,2 und immer noch einen Balken dazu sage ich dann nochmal im Statement noch ein bisschen mehr wie werden wir hier vorne hinaus fahren nochmal dann kann ich euch mal zeigen wie schnell er jetzt noch ist also der Anzug jetzt hier, man merkt das auch, es kommt noch was aber naja, also er macht jetzt hier auch nochmal 19, 20 aber er tut sich ganz schwer, wenn er kurz gestanden hat dann regeneriert sich der Akku nochmal kurz ein bisschen, aber es macht jetzt keine Spaß mehr also wirklich nicht während der Fahrt habe ich da gehabt eben ja da geht er runter auf 38, 39 Volt ja, also so viel dazu und berghoch, ja Ende im Gelände so, wir haben jetzt nochmal kurz die Skoda getauscht weil ich von meinem Gewicht her mit meinem jetzt kein Berg mehr hoch kam und Anja, ja so ich meine 5 kmh fahre ich ja also das Gewicht spielt eine gravierende Rolle aber wir sind jetzt auch gleich zu Hause und jetzt geht es nur noch dort ab jetzt sind wir zu Hause angekommen meine Anzeige zeigt jetzt gerade 164 km, das heißt 61 km bin ich gefahren es blinkt was zu blinken ist, also die Batterie leuchtet ist kein Balken mehr da die Voltanzeige zeigt mir gerade noch, kann man sehen 40,6 Volt ja und im Gegensatz zu meinem hier mal Anjas Roller der zeigt jetzt 104 km hat immer noch einen Balken blinkt nicht und hat auf der Voltanzeige 46,1 Volt noch ja das ist schon ein Unterschied ja das war jetzt unsere kleine Sonntagstour die wir gemacht haben kleine schon gut, ne Montagstour ja richtig wir haben Pfingstmontag oh ja, ich bin auch bei Sonntag ja wir waren jetzt unterwegs also gut 6 Stunden ja 6 Stunden waren es ja 10.30 Uhr, 12 bis immer weg und wir haben ja so um 18 Uhr waren wir jetzt zu Hause also gut 6 Stunden ja da haben wir 61 km gefahren habt ihr ja gesehen und ja, ich hätte gar nicht gedacht dass ich so weit komme äh man merkt halt schon den Unterschied zum Gewicht also ich mit meiner Ausrüstung also ich hatte eine schweren Rucksack heute dabei äh das ganze Effigment drin ist ähm da schätze ich mal, dass ich da fast bei 90 Kilo bin da fehlt nicht viel ja und Anja ist noch eine ganze Ecke weniger oder davon entfernt etwa 90 Kilo ja man merkt auf jeden Fall die Reichweite hängt schon unwahrscheinlich mit dem Gewicht zusammen was man halt wiegt also die leichteren Leute die kommen also meiner Meinung nach sicher ganz sicher die 70 Kilometer und wir waren nicht langsam unterwegs wir waren also es waren relativ viele Fahrräder heute auch unterwegs ja und da haben wir uns ziemlich eingereiht ne von der Geschwindigkeit her auch einige Berge hatten wir zwischendrin ja genau das kann man dazu nur sagen wir wohnen hier im hessischen Mittelgebirge das sagt der Name schon aus also wir haben hier wirklich ein paar Berge ähm man hat das auch gesehen vor der Eschwege da habe ich gar nicht mit gerechnet dass das da so hoch ging hat bei mir auch echt ähm akku gekostet aber desto trotz sind wir wirklich also ich zumindest 61 Kilometer Anja wäre auf jeden Fall also ganz sicher die 9 Kilometer hätte sie locker noch geschafft ja mit Sicherheit also die Angabe die da ähm macht mit 70 Kilometern also ich bin davon überzeugt wenn man sich so an die Geschwindigkeit hält die zugelassen ist ähm sind die 70 Kilometer beim Normalgewicht sagen wir mal 60 Kilo 70 Kilo äh locker machbar ganz sicher und da brauchen wir eigentlich nicht Spaß am Fahren also wir waren heute recht flott unterwegs ne ja ja gut und ähm jetzt brauchen wir dazu jetzt nicht zu sagen also an die äh die sich damit so ein bisschen auskennen die wissen wie wir jetzt gefahren sind wir sind zwar nicht volle Pulle gefahren aber waren wie gesagt gut unterwegs ja ja also ich muss echt sagen ich bin wirklich ähm positiv überrascht ich habe wirklich nicht gedacht ich habe so mit 50, 40 Kilometer Reichweite gerechnet aber dass ich jetzt doch so auf die 60 Kilometer gekommen bin Hut ab ein riesen Unterschied zum ESA 5000 ESA 5000 ja und deiner war der 1990 äh Doc Green äh Doc Green ja das sind Welten also wirklich wie gesagt das ist ein riesen Unterschied also wenn ihr euch so einen Roller holt ihr werdet das nicht bereuen es ist zwar ein Haufen Geld muss man wirklich dazu sagen aber äh wenn man den nutzt und ein paar Kilometer weiter fahren will und auf der sicheren Seite sein möchte dass man auch wieder nach Hause kommt ähm also wir sind doch von dem Roller wirklich begeistert ja macht Spaß ja richtig ja und ich glaube auch ähm wir haben jetzt mit den Rollern ja mit dem Scooter noch nicht so ganz so viel Kilometer gefahren ähm also ich gehe mal davon aus wenn der vielleicht ein paar Mal hoch und tief entladen ist dass da die Kapazität ruhig noch ein bisschen zunimmt also das ist ja mit 100 Kilometer ist jetzt noch nicht die Welt wir haben den ja meistens jetzt kurzstrecke über die Welle 20 Kilometer sind wir mal gefahren ja gut 20 Kilometer das ist jetzt nicht die Welt gewesen aber ich denke mal wenn wir den noch ein paar Mal laden wird sich das ähm vielleicht auch noch ein bisschen nach oben hin bewegen also von der Kilometerleiste ja also für uns auf jeden Fall Daumen hoch bei dem Roller bei dem Scooter äh würden wir auf jeden Fall wieder kaufen ganz sicher ja aber man muss auch dazu sagen heute die äh 6 Stunden stehen auf diesem Teil das ist auch nicht ohne anstrengend es ist anstrengend also wie gesagt 6 Stunden unterwegs mit dem Ding jetzt ähm ja jetzt sind wir auch ganz schön platt muss man dazu sagen wir haben uns was gegönnt noch schönes Glühensgetränk und dann werden wir jetzt den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen und dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen wenn es euch gefallen hat schaltet wieder ein es kommt mit Sicherheit was bis denne ciao 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 ciao